Hallo, schön, dass du hier bist. Ich bin Tuli und ich habe eine Frage an dich. Gehörst du zu den Reitern, die ihr Pferd als Freund sehen und die besonders sanft und pferdeschonend trainieren möchten? Was auch immer dein persönliches Ziel mit deinem Pferd ist, im Dressur-Coach-Programm findest du jede Menge Informationen, Videoanleitungen, Audios und Fragen und Antworten zu drei großen Themenbereichen. Dressurausbildung, Pferdeerziehung und mentale Stärke speziell für Pferdesportler. Und das erwartet dich. Eine wachsende Wissensdatenbank. Dein persönliches Coaching per Fragen oder Video. Das ist eine Frage, die mich oft erreicht. Warum schafft unser Pferd es nicht, den Zirkel zu halten und versucht dann zur einen Seite auszubrechen oder eben in den Kreis hineinzufallen? Woran liegt das und was kann ich tun? Hier hilft die Übung Schulterklick. Außerdem im Dressur-Coach dein monatlicher Videoreport. Jeden Monat eine neue optimale Trainingsstunde in 30 bis 60 Minuten Videoanleitung. Wie baust du eine Trainingsstunde mit deinem Pferd sinnvoll auf? Das ist heute unser Thema. Mit meinen Pferden zeige ich dir, welche Übungen ich in diesen acht Trainingsphasen einsetze. Außerdem im Videoreport jeden Monat eine neue Übung, ganz detailliert vorgestellt. Die Übung des Monats ist die Box. Worum geht es jetzt bei dieser Übung? Wir wollen die halben Paraden kultivieren und vielleicht auch dem Pferd erst beibringen. Außerdem im Videoreport jeden Monat ein Spezialthema im Detail beleuchtet. Dieses Bild ist mal entstanden mit einer Reitschülerin, wo wir trocken geübt haben. Sie klickt sich in den Sattel ein mit ihren Gesäßhöckern und klickt dann das Pferd nach vorne rechts. Das Mockreiten hat mir gezeigt, wie ich über verschiedene Wege mein Pferd gymnastizieren kann. Ja, es hat mich viel gebracht. Ich denke, es ist nochmal ganz wichtig, auf dem Körper zu achten, wie ich selber sitze. Ich habe selber wirklich viel Fortschritt gemacht, dass ich mir vorüberlege, was mache ich, was will ich erreichen und entspannt hingehen. Das hat mir und meinem Pferd, Wilma, wirklich weitergeholfen. Dankeschön. Sei auch du dabei. Ich freue mich auf dich.